Kornblumenhonig Hallo, ich bin die Iris von Topfruits und heute möchte ich euch unseren Kornblumenhonig vorstellen. Unser Kornblumenhonig ist eine ganz besondere Spezialität für gesundheitsbewusste Menschen. Er stammt aus Biolandanbau und ist somit ohne Pestizide und ohne Dünger. Und die Bienen werden fair und artgerecht gehalten. Dem Kornblumenhonig werden besondere Eigenschaften nachgesagt, unter anderem ähnliche wie dem Manuka-Honig. Er hat antimikrobielle Eigenschaften, verantwortlich dafür ist es darin enthaltene Wasserstoffperoxid. Unser Honig ist rein, ohne Beimischung von anderen Honigsorten, also wirklich nur der reine Kornblumenhonig. Er schmeckt lecker aufs Brot, in Shakes, in Obstsalaten, als Süßungsmittel zum Beimischen bei Backwaren oder auch bei Rohkostsnacks. Ihr werdet noch andere Verwendungsmöglichkeiten finden. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Tschüss!